Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank Academia Superior, vor allem Landeshauptmann Stellvertreter Strugl und Professor Markus Hengstschläger, dass wir auch heuer wieder ein so faszinierendes Symposium erleben können und ich darf vor allem auch unsere Gäste in Oberösterreich sehr herzlich begrüßen. Ein so kurzes, kleines Wort, da vorne steht, der Mut und doch so ein Riesenbogen, der damit aufgespannt wird und doch so eine gewaltige Herausforderung, die da drinnen stecken kann. Wir haben 2018 Gelegenheit an vieles zu denken, vieler historischer Ereignisse zu gedenken und wir denken natürlich 100 Jahre zurück. 1918, da wurde unser Bundesland gegründet, zum ersten Mal als demokratisch legitimiertes und geführtes Bundesland. Die Republik wurde gegründet und damals wird und hat nachgewiesenermaßen auch viel Gedanken und ans Neue und Aufbruchstimmung gegeben. Es war aber dann eine nicht sehr erfolgreiche Zeit dieser Republik, es kam zu Umbrüchen, es kam zum Bürgerkrieg im Lande und dann erst recht zur Katastrophe der Nazi-Herrschaft und des Weltkrieges. Jetzt, 2018, leben wir in einem kaum hinterfragten Frieden, in unglaublichem Wohlstand und unsere Perspektive lautet, diese Lebenssituation, die möchten wir gerne weiterhaben, die möchten wir gerne gesichert haben. Und sich da einfach einzurichten, gemütlich zu machen und zu sagen, so wie es ist, so passt es, so lassen wir das, denn es geht uns ja gut. Das kann nicht das Konzept sein, denn dann wissen wir, das ist der Stillstand und der führt dazu, dass wir diese Situation nicht nur leicht nehmen, sondern dass wir sie sogar gefährden. Es muss neue Wege geben, wir müssen uns neue Ziele suchen und brauchen daher persönlich für unsere jeweilige Lebenssituation, aber auch als Gesellschaft den Mut, diese neuen Wege auch zu gehen. Insbesondere in einer Zeit, wo wir uns als Region, als auch selbstbewusstes Bundesland ja nicht nur in der Relation zu unseren Nachbarn definieren und uns dort auch messen oder abgrenzen, sondern wo das Maß und die Bezugsgröße die internationale Herausforderung und auch der internationale Wettbewerb ist, da braucht es die großen Ziele und da geht es eben nur mit neuen Wegen, wenn man diesen Wohlstand, den wir haben und den wir festigen wollen, auch weiterentwickeln wollen. Und daher muss man das angeblich sichere und gewohnte nicht nur hinterfragen, sondern auch da und dort verlassen und das kostet einfach Überwindung und das braucht Aufbruch und das braucht den Mut zum Aufbruch. Und sehr geehrte Damen und Herren, da ist es wohl gut, wenn man Persönlichkeiten hat, Beispiele erleben kann, an denen man für sich selber auch Maß nehmen kann vielleicht. Große Beispiele. Wir haben heute die unglaubliche Gelegenheit, drei tolle Persönlichkeiten hier kennenzulernen und zu erleben, die auch für Mut und für erfolgreich gezeigten Mut stehen. Wenn man etwas in die Geschichte zurückblickt, so kann man sagen, dass die großen Ziele, die unsere Gesellschaft vorangebracht haben, oft mit dem Mut einer einzelnen Person begonnen haben, nur drei Schlaglichter, drei Persönlichkeiten, die noch gar nicht so lange zurückliegen, Bertha von Suttner und der Wille und das Werben um den Frieden, Nelson Mandela mit seinem unbändigen Willen zur Freiheit oder auch Martin Luther King mit seinem Traum von der Gerechtigkeit. Allen dreien war gemeinsam, wie wahrscheinlich auch den Persönlichkeiten, die wir heute hier zu Gast haben, dass manche gesagt haben, ja das ist ein Visionär, wie es damit Michael Strugl schon angeführt hat und die nicht so wohlmeinenden werden wohl gesagt haben, das sind die berühmten Träumerinnen oder Träumer, wenn sie höflich sind in ihrer Qualifikation. Und trotzdem wissen wir, dass wir heute in der Realität dieser Träume, dieser drei Personen leben, in Frieden, in Gerechtigkeit, in Gleichheit und in Wohlstand. Begonnen hat es mit einem mutigen Schritt, sich auf einen neuen Weg jeweils zu machen. Und sehr geehrte Damen und Herren, das sollte auch uns Vorlage sein, im sogenannten Kleinen auch Mut zu zeigen, wobei ich mit diesem Wort im Kleinen eigentlich gar nicht so zufrieden bin. Denn aufzubrechen, ganz egal in welcher Lebenssituation, braucht immer Mut und ist für die Einzelne, für den Einzelnen immer ein großer Schritt. Und daher ist eigentlich das Konzept weitergehen zu wollen und sich darüber zu trauen, immer dasselbe. Jeder Aufbruch ist ein großer Schritt für jede und jeden, der ihn tut. Und natürlich, da greife ich auch Michael Strugl auf und mache dort weiter, natürlich braucht es diesen Mut besonders in der Politik. Es ist doch unser Geschäft, unsere Aufgabe, dass wir Gesellschaft gestalten und das, was sich viele wünschen, dort wo viele hin möchten, die Ziele, die viele einen, dass wir versuchen, die Wege zu gestalten, dass wir zu diesen Zielen kommen und eben auch vorausgehen. Und daher, auch wenn heute oft gesagt wird, Politik ist nur das Handeln des Tagesgeschäfts und das Managen, das alles halbwegs so läuft, wenn man dagegen ist, dass man Politik zur Visions- und zielfreien Zone erklärt, dann muss man aber auch tagtäglich beweisen, dass man Ziele hat und sich auch traut, auf diese Ziele zuzugehen, eben den Mut fasst, neue Wege einzuschlagen, wenn es in unserer Gesellschaft besser werden soll. Und diese Ziele, sehr geehrte Damen und Herren, die uns neue Wege beschreiten lassen müssen, die gibt es viele, auch in unserer Region. Ich halte es für ein großes Ziel und daher für sehr mutig, wenn wir als kleines, feines Oberösterreich sagen, in manchen Bereichen des technologischen Fortschritts wollen wir weltweit zur Spitze gehören, indem wir auf die Schöpfung achten und sie wahren, aber gleichzeitig auch damit unseren Wohlstand sichern. Ich halte es auch für ein großes und mutiges Ziel, wenn wir sagen, wir möchten hier in unserem Land Arbeitsmöglichkeiten haben, die vielen eine Perspektive und auch Einkommenssicherheit gibt. Und es ist auch ein großes Ziel und es braucht auch Mut, wenn wir sagen, auch die oberösterreichischen Kinder sollen nicht nur die sein, die die Fortschritte der Digitalisierung in Anspruch nehmen und anwenden, sondern dass wir das Ziel haben mit ihnen, dass sie die Entwicklerinnen und Entwickler auf diesem Sektor morgen werden. Oder es ist auch ein großes Ziel zu sagen, wir nehmen das Geld, das wir uns als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler erwerben, für wirklich große Punkte, für große Investitionsmaßnahmen, wo wir glauben, dass sich heute die Zukunft entscheidet und sichern auch das soziale Netz und machen, trotzdem wir das tun, keine neuen Schulden. Und sehr geehrte Damen und Herren, es ist auch ein großes Ziel, wenn wir heute versuchen, die Bürgergesellschaft zu stärken und Leute weiterhin zu ermutigen und ihnen zu sagen, das ist ein großes Ziel und es ist eine Vision, dass viele sich einbringen, viele ihre Leistungsfähigkeit für die Gemeinschaft zur Verfügung stellen und damit einen klaren Kontrapunkt zum momentan sehr weitläufigen Trend der Individualisierung setzen. All diese Beispiele, und da gäbe es für jede und jeden von uns noch viele mehr, zeigen, dass es immer große Ziele gibt und dass daher der Mut auch immer gefragt ist. Wenn wir diese neuen Wege beschreiten und gehen wollen, dann brauchen wir natürlich Verbündete. Es beginnt mit einer oder einem, aber ein großes Ziel zu erreichen, braucht schon auch ein Team, braucht Leute, die da mitmachen und die diesen Weg auch mitgehen. Die Unternehmen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ganz besonders auch die künstlerisch Schaffenden in unserem Land, die mit ihrem Zugang und mit ihren Arbeiten uns auch die Offenheit nicht nur bieten, sondern uns auch zur Offenheit immer wieder herausfordern und ermutigen. Und es braucht auch jede und jeden Einzelnen, der, wie es heute schon angeklungen ist, aus dem Gewohnten, aus der Komfortzone herausgeht und sagt, ich gliedere mich dort an, ich gehe mit und beschreite auch diese neuen Wege. Sehr geehrte Damen und Herren, oft haben wir es in der Politik damit zu tun und tragen manches Mal auch selber dazu bei, dass wir ganz gut im Beschreiben dessen sind, was wir eigentlich wollen und sagen, schön wäre es, wenn wir das hätten, eigentlich müssten wir das tun. An uns liegt es, dass wir dazu sagen und dazusetzen, wir wollen das auch tun und wir machen es. Es ist eigentlich ganz simpel, leider ist der Spruch schon von einer Firma kommerziell genutzt, aber er ist trotzdem gut. Es heißt einfach, just do it. Und daher, sehr geehrte Damen und Herren, ist es aber auch an uns, dass wir nicht einfach nur loslegen und irgendwie alleine vorausgehen, sondern gerade auch in unserem Gewerbe, in der Politik geht es auch darum, dass wir Reisevorbereitungen für das Beschreiten dieser Wege treffen, Bewusstsein schaffen, Bereitschaft schaffen, diese Wege mitzugehen, ja auch Mut machen, anderen Mut machen, entsprechend dabei zu sein. Und zum Mut machen gehört aus meiner Sicht auch der Mut, dass man sagt, was ist und was man will und gleichzeitig auch der Mut zu sagen, was man nicht will und was nicht mehr geht oder nicht mehr ist. Es gibt heute eine große Grundstimmung in unserer Bevölkerung nach Veränderung, das ist evident, das zeigen auch all die Wahlen der letzten Zeit. Die Grundstimmung ist da, die ganz konkrete Veränderung löst trotzdem Unbehagen aus, sorgt trotzdem dafür, dass sich viele Leute Sorgen machen, dass sie Unsicherheit haben und daher ist es ganz wichtig und muss bei jeder Veränderung einfach auch immer groß vorne hingestellt werden. Jede Veränderung hat als mindestens zweite Seite der Medaille die Chance, etwas Neues erreichen zu können, bietet einfach viele Möglichkeiten und das ist auch der Grund, warum wir sagen, Oberösterreich soll ein Land der Möglichkeiten mit faszinierenden Perspektiven sein und werden. Und ja, es stimmt, der Mut zur Weiterentwicklung heißt natürlich, dass es keine Garantie gibt, dass der eingeschlagene Weg wirklich zu dem Ziel führt, dass man sich vornimmt. Es ist immer ein Risiko, es kann auch nicht alles, was man sich vornimmt, funktionieren und daher müssen wir es einfach hinnehmen oder auch damit leben und sollten uns davon nicht entmutigen lassen, dass es auch den einen oder anderen Umweg und ja auch den einen oder anderen Misserfolg geben kann. Ganz sicher scheitern kann aber nur der, der gleich von vornherein aufgibt und ganz sicher das Ziel wird nur der nicht erreichen, der einfach gar nicht losgeht. Da ist es vielleicht zielführender einmal den einen oder anderen Umweg auch machen zu müssen. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir glauben, dass der Erfolg möglich ist und dass wir Ziele erreichen können, dann ist das der erste Schritt dazu, dieses Ziel auch wirklich nicht nur anzusteuern, sondern auch für uns zu gewinnen. Jedes Ziel, das wir uns setzen, kann, wenn wir den Mut dazu haben, von uns auch erreicht werden. Ich danke der Academia Superior, dass sie nicht nur ein ganz wichtiger Think Tank dafür ist, dass wir uns die richtigen Ziele für unsere Region im eingebetteten Herzen Europas auch suchen und definieren, sondern ich danke der Academia Supere vor allem auch dafür, dass sie ein Do-Tank ist im Sinne dessen, dass sie auch uns hilft, die Wege entsprechend zu finden, die wir beschreiten wollen, um die großen Ziele zu erreichen. Und besonders wertvoll ist es und darum danke ich auch dafür, dass es bei den Symposien hier in Gmunden auch immer zum Kontakt mit Vorbildern kommt, an denen wir einfach uns auch orientieren können und wo sich viele von uns etwas mitnehmen können. In dem Sinne sehe ich den heutigen Abend, sehe ich das Symposium auch als Mutinjektion für uns alle, als Kraftquelle. Ich danke sehr dafür, wünsche uns einen spannenden Abend, vor allem aber Mut und Freude, wenn wir uns auf den Weg machen, große Ziele zu erreichen. Applaus 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 Applaus